Gude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Freitagabend, wir haben die besten Angebote für euch, wie immer. Diese Kinder-Delice von Ferrero machen wir 2,99. Hammerpreis, Osterware eingetroffen, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Nicht in Deutschland erhältlich normalerweise. Mars-Osterartikel, Celebrations, der Hase, 215 Gramm, 2,49 ist ein super Preis. Dieses Riesenei von M&M's Peanut mit 250 Gramm Inhalt, sowas kostet 7,99 normalerweise, wir machen 2,49. Weiter geht's, M&M's Osterhasen, mit M&M's natürlich drin, 1 Euro das Stück. Weiter geht's, Löffel-Ei von Milka. Wir haben wirklich sehr viele schon verkauft und wir haben aber natürlich noch einen Riesenhaufen. 1,99 jeweils, super Preis, schlagt zu. Die sind ganz besonders gut, die M&M's X, 79 Cent, das ist weniger wie die Hälfte, wie normal. Dann haben wir die Mozart-Kugeln von Lamberts, diese ganz spezielle Metalldose hier mit dem Onkel Mozart drauf. Die kostet normalerweise 8,99, 3,99. Takis soll's auch geben, einmal Vulcano und Fu-Egu machen wir, was machen wir da, 1,99. Und wir machen die nur am Samstag hier im Laden, 1,29. Weg damit. Lindor Minze 200 Gramm für 3,99 oder Lindor Rot, die beste Sorte, 125 Gramm, 2,49. Mr. Tom, Tina Driegel, 3er-Pack für 1,00 Euro nur. Bifi Roll, 3er-Pack 1,99. Bifi Original, 6er-Pack 1,99. Bifi Carazza, 3er-Pack 1,49. Wiesel's Rounds gibt es auch wieder, 1,29. Und Leimer, Bruschetta, Zwiebel, Geschmack Oregano. So was kostet normalerweise 1,99, 1 Euro. Tortina, so ein Riesensack hier mit einzelnen Kuchen drin für 2,99. Und wir haben, ja genau, Durstlöscher, XXL, 1 Liter Flasche. Hier Multivitamin, Eistivirsich und Wassermelone, 1 Euro pro Packung. Und hier diese Vitamin Vita 10 ACE, 6 mal 1,5 Liter machen wir, 5,99 plus den Pfand. Minuto von Birkel, XXL-Version, sehr gut, 79 Cent. Ala Finello Käse, verschiedene Sorten, 1,59 sogar ist XXL auch dabei. Mit mehr Inhalt, zum selben Bereich, 1,59. Superpreis, Ben & Jerry's Together Cone. Das Ding kostet bei uns 2,49, normalerweise 6,99. Butter Cousins, 720 Gramm, 2,99. Chicken Magazine Backteig, 1000 Gramm, 5,99. Sehr, sehr lecker. Hier ist was Besonderes aus dem Schwarzwald. Das ist eine Salami, wie gesagt, Schwarzwälder mit Kirschwasser ist da drin. 350 Gramm, sowas kostet normalerweise knapp 8,49 Euro. Solltet ihr mal probieren. Pastaflakes, Kerrygold, 1,29. Und hier haben wir, das ist ein super Preis für die Gastronomie. Henkelmann Pizzasalami, 1000 Gramm für 5,99. Es ist weniger wie die Hälfte. Keine Angst, 5,99. Pizzasalami. A la Care Garden XXL, 400 Gramm, 1,99. Und Kerrygold, original irische Butter, 1,34 Euro. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Lagerverkauf Freidinger, Marburger Straße 127 in Gießen. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und ihr müsst auch in den Online-Shop schauen, denn wir haben wieder viele neue Artikel reinbekommen. Es lohnt sich immer wieder, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, euer Benni. Ich wünsche euch einen schönen Abend.